Hallo und schönen guten Abend zur 15. Ausgabe des Minenbriefings. Mein Name ist Hannes Zipfel und zusammen mit meiner Partnerin betreuen wir die Wikifolios Aususgold und Silberminen und Silberminen XXL. Heute ist Freitag, der 13. September 2019 und das sind heute unsere Themen. Im Nachgang zur gestern stattgefundenen Zinsentscheidung der EZB wollen wir nochmal schauen, was denn da passiert ist. Jetzt gab es wirklich eine Bazooka, das war die Fragestellung vom letzten Video, oder war es eher eine Konfetti-Kanone? Ich würde mal sagen, im Vorgriff, es war nur so eine Mischung aus beiden und es könnte noch sehr interessant werden, was da von Mario Draghi auf seiner vorletzten Sitzung entschieden wurde. Am 1. November kommt ja die Nachfolgende Christine Lagarde und für die hat er doch schon sehr gut den Boden bereitet in Sachen sehr laxer Geldpolitik. Ja, Gold, Silber und Minenaktien sind im Moment weiter im Konsolidierungsmodus. Da geht es heute ein Stück weit bergab. Wir haben auch einige charttechnische Marken jetzt nach unten verlassen. Das wollen wir uns mal genau anschauen, wie viel Luft da noch ist und wie das Gesamtbild aussieht. Und ich hatte Ihnen beim letzten Mal ja versprochen, dass wir uns das Geschäftsmodell der Streamer respektive der Royalty-Unternehmen mal anschauen. Ein sehr margenstarkes Geschäft. Ja, man könnte sagen, es sind so eine Art Mittelding zwischen Minen und Banken, es sind Minenfinanzierer. Und ich habe Ihnen hier auch mal vier Vertreter der Branche mitgebracht, die ich auch im Wikifolie, Ausus, Gold und Silbermin drin habe. Und noch einen kleineren Streamer, den wir auch im Silbermin XXL drin haben. Dann beginnen wir mal mit der Bazooka oder Konfetti-Kanone. Was war es denn nun? Wenn man Jens Weidmann fragt, den Vertreter der Deutschen Bundesbank, der ja auch ihr Präsident ist, aber auch Mitglied im EZB-Rat und im Moment auch stundenberechtigt, der sagte, so weitreichende Maßnahmen wie im EZB-Paket waren nicht notwendig. Und dieses Paket schauen wir uns mal an, warum er sich hier die Haare rauft. Ja, und da ging es auch abwärts mit den Zinsen. Sie sehen hier mal den Einlagenzinssatz, den genanntes Deposit Trade. Dieser Zinssatz muss von Banken jetzt bezahlt werden, die über Nacht ihre Überschussliquidität bei der EZB parken. Und das waren zuvor minus 0,4 Prozent, sind jetzt minus 0,5 Prozent. Für die europäischen Banken war das ein Kostenblock bisher von März 2016 bis jetzt September 2019 von ungefähr 9 Milliarden Euro pro Jahr. Aber es wurde jetzt auch ein Staffelzins eingeführt, sodass die deutschen Banken wohl ungefähr 500 Millionen Euro pro Jahr jetzt sparen. Aber diese Maßnahme führt natürlich dazu, dass nach wie vor Banken im Eurosystem für die Liquidität, die sie hinterlegt haben, Geld bezahlen. Diese auch durchleiten diese Kosten, diese Strafzinsen an ihre Kunden entweder in Form von Bankgebühren oder eben auch von Strafzinsen. Und wir kennen dieses Phänomen ja schon aus der Schweiz und es wird sehr spannend sein. Nächste Woche, was die Schweizer Nationalbank macht, vermutlich wird die ihre Einlagenzinsen noch tiefer senken, um einfach den Zinsabstand zur Eurozone auch aufrechtzuhalten. Also da geht es international weiter nach unten. Also das war die Maßnahme, die Schlagzeilen gemacht hat. Aber es gab noch mehr. Was ich Ihnen hier nochmal zeigen will, ist zunächst mal das Problem, das die EZB angehen möchte mit dem Absenken des Einlagenzinses. Sie sehen hier, dass in der Finanzkrise die Banken sich schon gegenseitig nicht mehr vertraut haben und zunehmend Geld geparkt haben. Bei der EZB normalerweise wird das ja zum Eonia-Satz unter den Banken weiterverliehen. Also Banken mit hohem Einlagengeschäft, die verleihen das weiter an Banken mit hohem Ausleihgeschäft. Und so kommt ein Interbankenmarkt zustande, der dann über die Eonia-Rate, also ein Zinssatz zwischen den Banken, wird das Geld zur Verfügung gestellt über Nacht. Diese Zinssätze sind immer per anno zu verstehen. Und dann gab es hier, Sie sehen das zum Hochpunkt der Euro-Krise, massiven Anstieg der bei der EZB geparkten Gelder, weil man sich eben gegenseitig unter die Banken nicht getraut hat, nur noch der EZB getraut hat. Dann wurde dieser Zinssatz weiter abgesenkt in den negativen Bereich. Und trotzdem sind die Einlagen der Banken bei der EZB stark angestiegen. Das hat zum einen mit regulatorischen Verschärfung zu tun, in Folge von Basel 3 und der entsprechenden Basel-Novelle. Und zum anderen aber auch damit, dass die Banken gegenseitig ihre Bilanzen natürlich kennen. Aber man tauscht ja auch das Personal mal untereinander aus. Und da weiß man eben, wie es beim anderen aussieht. Und ja, das führt eben dazu, dass man das Geld lieber bei der EZB anlegt und nicht bei anderen Banken. Das führt dazu, dass die EZB jetzt ihrerseits die Refinanzierung, auch die Kurzfristrefinanzierung der Banken selbst übernehmen muss. Mit ihren sogenannten Teltros, den TLTROs, da sage ich auch nochmal gleich was dazu. Problem ist folgendes, dieser Zinssatz wurde jetzt abgesenkt auf minus 0,5 Prozent. Ist hier im Chart noch nicht drin. Aber Sie sehen, dass auch bisher die Absenkungen dieses Einlagensatzes nichts gebracht haben. Die Überschussliquidität wird weiter hier angelegt bei der Zentralbank. Ziel war es ja eigentlich mit diesem negativen Zinssatz, die Banken wieder dazu zu bewegen, sich das Geld gegenseitig zu leihen und auch mehr Kredite zu vergeben. Ist schlichtweg nicht passiert. Wird auch jetzt nicht passieren, meine persönliche Meinung. Hier dreht die EZB an der falschen Schraube. Den Leitzins, also den Ausleihezinssatz, zu dem sich Banken über Nacht normal Geld bei der EZB leihen können, der ist bei 0 Prozent geblieben. Einlagezins, wie gesagt, gefallen und gestaffelt gefallen, also je nach Volumen, sodass speziell die Nordländer hier etwas entlastet wurden, weil hier doch höhere Volumina bei der EZB geparkt wurden. Und je nachdem, um wie viel Geld es sich handelt, fällt eben dieser Zins höher oder niedriger aus. Für die deutschen Banken sogar eine kleine Entlastung dieses Mal, auch wenn das in den Medien etwas anders dargestellt wird. Aber für die Kreditinstitute unseres Landes war dieser Schritt nicht nachteilig, was die jährlichen Kosten der Geldhaltung bei der EZB angeht. Ganz wichtig und eigentlich die Bazooka, auf die man auch gewartet hat, ist der Start des neuen QE-Programms. QE steht ja für Quantitative Easing oder mengenmäßige Lockerungen. Sie wissen, es gibt bei der EZB zwei verschiedene Schrauben, an die man drinnen kann. Das ist einmal die qualitative Geldpolitik. Da geht es um Zinsen und um Mindestreservesätze. Und quantitativ, da geht es darum, dass die Zentralbanken Geld drucken und eben am Markt Wertpapiere kaufen. Von Unternehmen, Anleihen, Staatsanleihen, Kommunalobligationen bis hin zu Aktien, bis hin zu Gold. Was immer es am Markt zu kaufen gibt, um die Preise hochzutreiben, vice versa die Zinsen runterzutreiben. Damit den Kapitalmarkt auch ein Stück weit zu manipulieren. Damit auch den Zins zum Beispiel für Hypotheken künstlich nach unten zu setzen, die wirtschaftliche Aktivität zu stimulieren. Zum Beispiel am Bau oder generell für Investitions- oder Konsumkredite. Das ist die Idee von QE-Programmen. Wertpapiere kaufen, damit man nicht nur den Zins am kurzen Ende kontrolliert. Also den Leitzins oder den Einlagenzins. Sondern auch die Zinsen weit bis in die Laufzeiten 30, 50, was auch immer 100 Jahre. Wenn man eben dort Wertpapiere kauft, die Kurse der Anleihen hochtreibt und die Renditen runter. Funktioniert, wie gesagt, auch bei Unternehmensanleihen, die sich dann günstiger refinanzieren können. Dieses Programm wird zunächst ab 1. November starten. Und zwar in Höhe von 20 Milliarden Euro pro Monat. Bis zur nächsten Zinsanhebung, sagte Mario Draghi. Also Mario Draghi hat es in seinen 8 Jahren Amtszeit nicht geschafft, auch nur einmal die Zinsen anzuheben. Er hat sie immer gesenkt. Seine Nachfolgerin steht nicht im Ruf, konträr zu seiner geldpolitischen Weltanschauung zu stehen. Also dass da demnächst Zinsanhebung kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist schlicht und einfach so, dass das Eurosystem überschuldet ist. Europa, Euroland ist überschuldet. Vor allem die Südperipherie, allen voran natürlich Italien, Griechenland und Portugal. Und wie man in so einem Umfeld, in dem die Schulden so hoch sind, die Kapitalkosten wieder erhöhen will, ohne dass die Eurozone kollabiert. Also man kann davon ausgehen, dieses QE-Programm wird ewig dauern. Deshalb, also zumindest so lange, wie die Eurozone existiert. Deshalb haben die angelsächsischen Medien dieses Programm auch schon den Namen Infinity gegeben. Also es soll unendlich lange laufen, bis in die Unendlichkeit. Interessant ist hier vielleicht noch zu erwähnen, dass die EZB im Moment nur ein Drittel aller ausstehenden Staatsanleihen einer bestimmten Laufzeit kaufen darf. Deshalb haben schlaue Ökonomen ausgerechnet, dass man eigentlich mit diesem Programm nur neun Monate, also drei Quartale weit kommt. Weil als diese Quoten dann erfüllt wären, dann hätte die EZB ein Drittel aller ausstehenden europäischen Staatsanleihen aller Laufzeiten gekauft. Meiner Meinung nach ist das nicht so ein großes Problem, denn man kann ja beliebig viele Laufzeiten dazu erfinden, zu den bestehenden Laufzeiten auch neue Schulden aufnehmen. Und genau das ist das, was Mario Draghi auch von den Fiskalpolitikern gefordert hat. Er sagt, die EZB allein kann die Konjunktur so nicht anschieben mit diesen Maßnahmen. Das ist absolut richtig, stimme ich ihm zu. Und die Fiskalpolitiker sollten den Ball aufnehmen und sich jetzt zu Niedrigst- und Negativzinsen doch bitte verschulden und die Konjunktur über aktive Konjunkturprogramme stimulieren. Das ist, was er jetzt den Fiskalpolitikern ins Stammbuch geschrieben hat. Und es bleibt abzuwarten, ob es dazu kommt. Unser Finanzminister Olaf Scholz, die Hamburger sagen ja Scholz-O-Mat zu ihm, der hat, aufgrund seines Charmes wahrscheinlich, der hat ja Jungs gesagt, es besteht noch kein Grund für ein Konjunkturprogramm, denn es gebe ja noch keine Krise. Gut, dann warten wir ab, bis diese kommt. Es gibt ja auch kaum Zeitverzögerung zwischen den Entgangsätzen eines Konjunkturprogramms und der Wirkung, die dann wirtschaftsunterstützend ist. Also warum eigentlich jetzt schon zu früh agieren? Warten wir noch ein bisschen. Mario Draghi sieht das ein bisschen anders. Mal sehen, wer recht hat. Ja, die TLTROs hatte ich schon angesprochen. TLTRO steht dabei für Targeted Longer Term Refinancing Operations. Targeted bedeutet, dass die EZB zielgerichtet Banken Geld verleiht, damit diese es an Unternehmen und Konsumenten weiterverleihen. Und hier können Banken ab September bis März 2021 Geld bei der EZB abrufen zu sehr niedrigen Zinsen und dieses dann weiterverleihen. Natürlich, wie gesagt, mit diesem bestimmten Zweck. Also zweckgebundene Bankenrefinanzierung. Das läuft nebenbei auch noch. Ist auch so eine Art Quantitative Easing oder zumindest eine Maßnahme zur Stimulierung der Kreditvergabe. Problem bei all diesen Maßnahmen ist natürlich, und das hat Draghi auch angesprochen, man kann das Pferd zur Tränke führen, aber saufen muss es selbst. Ja, die Kreditkonditionen sind lax, werden jetzt noch laxer durch den Ankauf von Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Aber Kredite aufnehmen, das müssen die Wirtschaftsobjekte dann schon selbst. Da kann die EZB nichts tun. Man nennt das ökonomisch auch Pushing on a String, also an einem Seil drücken. Da hat die EZB keinen Einfluss drauf. Das müssen dann andere wirklich tun. Und da ist es im Moment in der Rezession eher so, dass Unternehmen sich zurückhalten, auch Konsumenten sich zurückhalten. Da muss der Staat jetzt antizyklisch Konjunkturmaßnahmen ergreifen. Mal schauen, wann das passiert. Die EZB hat im Zusammenhang der Diskussion um die zu ergreifenden Maßnahmen auch ihre Wachstumserwartung für die Eurozone abgesenkt. Sie wissen es, für Deutschland erwarten mittlerweile schon sogar die Wirtschaftsweisen schon eine Rezession, zumindest technischer Natur. Für Europa sieht es so aus, dass die Wachstumserwartungen für nächstes Jahr von 1,7 auf 1,1 Prozent heruntergenommen wurden. Und deshalb natürlich auch diese Maßnahmen. Und das ist auch gerechtfertigt, denn gerade Länder wie Deutschland sind sehr stark abhängig vom Export. Wir sind ja eine der führenden Exportnationen weltweit und kämpfen da immer ein bisschen mit China, den USA und Japan um die vordersten Ränge. Aber als Volkswirtschaft selbst sind wir extrem abhängig vom Export. Wir haben zwar nicht das größte Volumen im Export, aber der Anteil an unserer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Export ist doch sehr hoch. Und hier sieht man das Problem. Der Außenhandel, die Weltwirtschaft lahmt, ist schon unter der neuen Linie, das heißt Schrumpfung im Welthandel. Und das so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr, obwohl da war die Amplitude viel stärker. Aber man sieht diese zyklische Abkühlung. Es tut also Not. Ich bin nicht der Meinung, wie Herrn Weidmann, dass man nichts hätte tun müssen. Das verkennt die aktuelle Konjunkturlage in Deutschland und in Europa. Wenn wir uns die Preisentwicklung anschauen in Deutschland, ich hatte Ihnen beim letzten Mal schon einige Zeit reingezeigt, geht es abwärts mit den Preisen. Sowohl was den harmonisierten Verbraucherpreisindex angeht, also die allgemeine Teuerungsrate für Konsumenten, als auch was die Vorleistungsgüter angeht. Und hier sehen wir mal die Großhandelspreise, die heute veröffentlicht wurden. Und Sie sehen, da geht es auch abwärts, und zwar im Jahresvergleich um 1,1 Prozent. Also dieser Trend setzt sich fort. Und Sie können sich vielleicht noch erinnern an das Zitat von Mario Draghi, das ich jetzt schon zweimal gebracht hatte, dass eine niedrige Inflation nicht toleriert wird. Und diese Zahlen kamen heute nach dem Zinsentscheid und rechtfertigen im Grunde so ein bisschen das, was die EZB dort gemacht hat. Trotzdem gab es sehr starken Widerstand im EZB-Rat. Es sollen eine zweistellige Anzahl von Notenbank-Gouverneuren dagegen gestimmt haben. Also nicht nur die vier Kandidaten, die ich im letzten Mal im Video gezeigt habe, der Herr Mersch, der Herr Not und der Herr Weidmann und seine Kolleginnen aus Deutschland, sondern auch andere, die vorher etwas unentschlossen waren. Also offenbar mindestens zehn dagegen. Trotzdem kam es zu keiner Abstimmung. Man hat sich geeinigt, keine Abstimmung zu machen. Aber es ist doch aus Insider-Kreisen durchgestochen worden, dass man dieses neue QE-Programm, dieses Infinity-QE-Programm nicht starten wollte. Jetzt ist es da. Vermutlich wollte Mario Draghi kurz bevor er dort in Pension geht für sein Heimatland nochmal den Weg ebnen für ein QE-Programm, das seine Nachfolgerin, die solchen Programmen gegenüber ja nicht abgeneigt ist, die Christine Lagarde, das dann fortsetzt, den Ball aufnimmt, die Zinsen vielleicht nochmal ein bisschen stärker senkt, man kann so bis minus 0,8% gehen, dann ab dem Zinssatz lohnt es sich wahrscheinlich dann für die Banken schon, das sagt man so, das Geld lieber zu Hause in den Tresor zu packen. Die Tresorgebühren sind dann niedriger als die Negativzinsen bei der EZB. Okay, wir werden sehen, auf jeden Fall Handlungsbedarf ist da und wie das in den nächsten Monaten weitergeht, ja, das hängt nicht zuletzt am Verlauf des Handelsstreits, Handelskriegs zwischen China und den USA, dem Brexit und generell der globalen Verschuldungssituationen und zyklischen Entwicklungen. Die Zukunft der EZB, da, die können wir uns anschauen, indem wir nach Japan gucken, sozusagen ein Fernrohr in die Zukunft und da sehen wir, dass Japan ja schon seit den 90er Jahren null Zinsen hat, hat da mal kurz versucht eine Zinswende zu starten, wie die Amerikaner auch, ist nicht geglückt, dann ging es wieder abwärts, die Schulden in Japan sind weiter explodiert und genauso eben auch die Bilanzsumme der Bank of Japan. Und das ist bei Weitem nicht das aggressivste, die aggressivste Zentralbank, die Schweizer Nationalbank ist da viel aggressiver. Und wie Sie sehen, wir sind jetzt hier bei 90 Prozent der Gesamtbilanzsumme der Bank of Japan in Bezug auf das japanische Bruttoinlandsprodukt. Die EZB steht so bei 27 Prozent, da ist noch Luft, aber wir werden diesen Weg wohl auch weiter mit nach oben gehen. Erstaunlich ist, dass allein die Amerikaner nicht glauben, dass sie jemals null oder negativ Zinsen wieder sehen werden. Das ist für mich erstaunlich, aber wenn man die amerikanischen Wirtschaftsmedien, CNBC, Bloomberg, Fox Business etc. sich anschaut, dann wird tatsächlich ausgeschlossen, dass die USA jemals den japanischen Weg gehen werden. Ich glaube, in Europa ist das vorgezeichnet, aufgrund der Demografie, der Verschuldung. Ja, darauf können wir uns einstellen. Und wenn wir uns das ansehen, dann ist das natürlich auch für Edelmetallpreise, für Aktien generell, für Minenaktien im Speziellen hervorragende Aussicht. Denn man darf nicht vergessen, Bank of Japan, Schweizer Nationalbank, kaufen auch Aktien, kaufen auch Edelmetalle. Genau wie die Russen, wie die Chinesen, wie die Türken. Also hier wird wirklich alles gehortet, was nicht nid- und nagelfest ist, mit frisch gedrucktem Geld. Und aus diesem Grunde bin ich auch nicht bereit, meine sehr positive Perspektive, meinen Optimismus für die physischen Edelmetalle und für die Minenaktien an den Nagel zu hängen. Im Gegenteil, wenn Japan die Zukunft ist, dann ist das die völlig richtige Investment-Beimischung. In den USA sieht es so aus, dass im Zuge des Quantitative Tightening die FED ihre Bilanz etwas geschrumpft hat. Die Zinsen wurden angehoben. Das Ergebnis hatten wir gesehen letztes Jahr im Dezember, da crashte es ein bisschen in den Aktienmärkten. Man konnte sich das leisten, ich habe es öfters erwähnt, wegen dieses 1,5 Billionen großen Fiskalstimulus. Der läuft jetzt aus und wir sehen, dass die Zinsen wieder sinken. Wir hatten die erste Zinssenkung in Amerika schon im Juli gesehen, am 31. Juli und werden jetzt am 18. September die nächste sehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Zinssenkung es hier gibt, bis die FED dann anerkennt, dass es sich um eine Serie von Zinssenkungen handelt. Und es ist ganz klar, dass wir perspektivisch hier auch auf die Null- und unter die Null-Linie fallen werden. Und ich habe den Pfeil eingezeichnet, dass auch ganz klar die Bilanzsumme der FED genau den gleichen Weg gehen wird, wie die europäische und die japanische. Es geht gar nicht anders. Das hängt auch damit zusammen, dass die Amerikaner ein brutales Haushaltsdefizit fahren, für ungefähr 5%. Das Congressional Budget Office, also die Rechnungsprüfer des Kongresses, hatten ihre Schätzung schon vorgelegt. Man hatte gesagt, dass im Fiskaljahr 2018, 2019, das Ende zu Ultimo September, dass da ungefähr 968 Millionen Dollar Defizit eingefahren werden. Jetzt hat das Finanzministerium von Stephen Nugent in dieser Nacht Zahlen vorgelegt. Und es ist tatsächlich so, dass schon allein für die ersten elf Monate dieses Fiskaljahres 2018, 2019, eine Summe von 1,06 Billionen Dollar an Defizit eingefahren wurde, in nur elf Monaten. Und für nächstes Jahr wurde ohnehin schon mit 1,2 Millionen Defizit gerechnet, weil halt diese Steuerreform doch sehr teuer ist. Ja, Donald Trump ist darüber sehr erbost. Er hat die FED nach der EZB-Sitzung wieder angegriffen und gesagt, die EZB hat es verstanden. Die sorgen dafür, dass die Europäer bezahlt würden, wenn sie sich verschulden. Dass der Euro geschwächt wird, aber die FED sitzt und sitzt und sitzt und tut nichts. Und das sagt er nicht umsonst, denn er kennt ja die Zahlen vom Kollegen Nugent. Und der wird ihm gesagt haben, pass auf Donald, wir haben dieses Jahr, in diesem Fiskaljahr allein 48 Milliarden Dollar mehr Zinsen bezahlt. Nicht nur wegen des Defizits, sondern auch wegen der zuvor erfolgten neuen Zinserhöhungen. Eine wurde ja zurückgenommen. Und wir zahlen jetzt insgesamt fast 600 Milliarden Zinsen im Jahr. Und da fragt sich Trump natürlich, was soll das? Wenn man sich den bundesdeutschen Haushalt anschaut, der wird im aktuellen Fiskaljahr wahrscheinlich 5 Milliarden weniger Zinsen bezahlen. Durch Umschichtung, dadurch, dass die Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland mit jeder Neuverschuldung sogar Geld einnimmt. Es ist der absolute Wahnsinn. Die Amerikaner stehen im Moment aber auch schuldenmäßig nicht so gut da. Deshalb meine Prognose. Die Staatsverschuldung liegt bei 22 Billionen US-Dollar. Das entspricht 107 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist so auf dem Niveau der Republik Kongo oder von Sambia. Zum Vergleich dazu, Deutschland hat eine Staatsverschuldung von knapp 60 Prozent. Da sind die Amerikaner weit drüber raus. Die Amerikaner haben eine Gesamtverschuldung von 74 Billionen US-Dollar. Das entspricht 371 Prozent des BIP und es werden jeden Tag mehr. Und deshalb, aus diesem Grund werden die Zinsen weiter sinken. Nicht nur in Europa, nicht nur in Japan. Unter die Nulllinie. Auch die FED wird ein QE-Programm wieder starten. Auch wenn das die Geldpolitiker dort noch nicht wahrhaben wollen. Und die Bank of Japan hat ebenfalls angekündigt, dass sie bereit ist für neue Lockerungsmaßnahmen. Obwohl sie schon, Sie haben es gesehen, im Rekordtempo Geld druckt und ausgibt. Und die Schweizer Nationalbank wird ihrerseits die Geldpolitik nächste Woche lockern. Also das Umfeld für Edelmetalle, Korrekturen hin oder her. Das Umfeld für Minenaktien ist perspektivisch einfach perfekt. Und man muss einen Anlagehorizont mitbringen, um auch Schwankungen wie jetzt aushalten zu können. Und genau diese Schwankungen sehen wir im Moment. Ich habe Ihnen hier mal dargestellt, zunächst den Goldpreis in Euro, der konsolidiert. Der ist vom Hoch jetzt schon 62 Euro pro Unze wieder zurückgekommen. Keine Angst, das ist kein Doppeltop. Ich hoffe, Sie verstehen das, wenn ich in die Gemengelage immer wieder zeige, dass es sich hier wirklich um einen säkulären Trend handelt. Eine wirklich, eine Opportunity, wie sie vielleicht alle 100 Jahre mal kommt. Und das liegt nicht daran, dass ich das sage oder weil ich so bullisch bin für Gold, sondern ich bin bullisch für Gold, weil der übergeordnete Schuldenzyklus, der seit dem Zweiten Weltkrieg läuft, langsam sauer wird. Und die Gegenmaßnahmen der Zentralbanken sind keine Maßnahmen, die auf den Handelskrieg wirken. Das ist Quatsch, denn die Konjunktur in Europa ging schon 2018 und Anfang 2019 Richtung Süden. Da war der Handelskrieg noch gar nicht eskaliert. Das hat mit Überschuldung zu tun. Aber natürlich können wir nach solch sportlichen und ambitionierten Anstiegen auch Rücksetzer sehen. Die können auch mal hier bis auf dieses Niveau gehen. Sollte Sie nicht ärgern, wenn Sie einen Anlagehorizont haben, der mittelfristig ist, nutzen Sie die Chancen auch, um Exposure aufzubauen. Es gibt ja auch Sparpläne für Edelmetalle und Minen. Und dann können Sie das, was da noch kommt und was Japan uns schon ein bisschen vorgibt, auch in Ihrem eigenen Portfolio abbilden und sind dann eben nicht Opfer dieser Entwicklung, indem Sie von Negativzinsen belastet sind, sondern Sie sind Nutznießer dieser Entwicklung. Und genau das ist die richtige Lösung. Nicht jammern, sondern die Opportunität erkennen und nutzen. Beim Gold sehen Sie, dass wir das gleiche Phänomen haben. Wir sind hochgelaufen bis an den Widerstand bei 1555 Dollar pro Unze. Kommen jetzt zurück. Ich habe Ihnen hier mal ein Fibonacci Retracement eingezeichnet. Da sind wir hier sauber gelaufen bis auf die 23,6. Ob die hält, werden wir schauen. Wir haben hier auch einen schönen mittelfristigen, Entschuldigung, eher kurzfristigen Aufwärtstrend. Der läuft so seit Mai diesen Jahres und bildet diese letzte sehr steile Ausbruchsentwicklung ab. Und es kann sein, dass wir hier vielleicht durchfallen. Dann fallen wir hier auf die 38,2. Entschuldigung, hier muss ich mich korrigieren, auf die 23,6 gefallen. Hier könnten wir auf die 38,2 noch fallen. Das ist ein ziemlich massiver, auch horizontaler Unterstützung. Und dann könnten wir hier wieder hochlaufen. Das gehört dazu. Auch die Terminmärkte müssen mal Luft holen. Aber in meinem Portfolio Global Macro Multi Asset nutze ich das gerade. Sie können das auch gerne dort überprüfen, um sukzessive trangiert wieder in den Markt Gold, Silber einzusteigen. Ja, Silber ist ein gutes Stichwort. Da sehen wir den sehr sportlichen Hochlauf bis fast an die 20 und genauso sportlich kommt dann die Korrektur. Jetzt sind wir heute sogar unter diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie durchgebrochen, bewegen uns hierzu auf die 38,2 Retracement Unterstützungslinie. Vielleicht fallen wir auch hier nochmal runter Richtung 17,30er Horizontalunterstützung oder sogar die 50er. All das ist möglich, aber das Gesamtbild ist einfach sehr positiv, bleibt sehr konstruktiv. Bei den Minenaktien sehen wir das Gleiche hier wieder anhand des Philadelphia Gold und Silver Index. Diesen Minenaktienindex aus 30 Goldminen, Silberprimärförderern und den Streamern und Royalty Unternehmen. Und auch hier sehen wir, sind wir rausgefallen aus diesem sehr steilen kurzfristigen Aufwärtstrend und können jetzt hier nochmal runterlaufen. Vielleicht Richtung 84, diese Horizontalunterstützung und im schlimmsten Fall ganz bis hier runter. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn wir werden jetzt in den nächsten Quartalen sehr positive Zahlen sehen von den Minen. Wir haben heute schon gesehen von Norils Gnickel, ich habe dazu auch einen Kommentar geschrieben im Ausos-Wikifolio, sehr gute Zahlen gesehen, die waren zwar noch vom ersten Halbjahr, aber wirklich sensationelle Zahlen. Nettoergebnis über 80 Prozent, Marge über 50 Prozent hochgelaufen. Sensationelle Zahlen und genau das wird passieren auch bei den anderen Minen, die jetzt ab Oktober berichten. Denn wir hatten die stärksten Anstiege der Edelmetallpreise eben im dritten Quartal, Juli, August, September. Und das wird sich jetzt niederschlagen und das wird die Bilanzen verbessern der Unternehmen, auch die Dividendenpolitik verbessern, die Investitionsmöglichkeiten und natürlich auch die KGVs, ganz klar. Deshalb meiner Meinung nach Minenaktien fürs zweite Halbjahr nach wie vor eine Top-Investition. Und genau die Streamer, respektive Royalty-Unternehmen, schauen wir uns jetzt mal an. Fünf davon haben wir in unseren Portfolios drin. Vier stelle ich Ihnen mal detailliert vor. Zu dem fünften sage ich dann auch noch kurz was. Erstmal ganz grundsätzlich, wie funktionieren Minenfinanzierer? Da gibt es zwei Modelle. Einmal die Streamer. Die Streamer geben initiales Kapital an ein Minenunternehmen oder ein Explorer-Unternehmen, das damit die Mine aufbauen kann, das Exploration betreiben kann. Also alles, was an Vorlaufkosten zur Ingangsetzung eines Minenbetriebs notwendig ist, dafür bekommt man Geld. Außerdem bekommt man pro Unze dann den sogenannten Stream, bekommt das Unternehmen Geld und liefert dafür das Metall. Also die Tilgung folgt dann quasi über das Metall. Bei den sogenannten Royalty-Kontrakten ist es etwas anders. Da gibt es nur die initiale Finanzierung, der Inbetriebnahme der Mine mit allem, was dazugehört. Und dann folgt eine Partizipation an den Erträgen, an den Erlösen der Mine. Also hier fließt Metall und hier fließt dann sozusagen ein Geld. Warum machen Minen so etwas? Da gibt es verschiedene Gründe. Der häufigste Grund ist der, dass große Minen, wie zum Beispiel BHP Billiton, die bauen eine Kupfermine auf. Und bei Kupfer fällt eben auch immer ein bisschen Silber und Gold an. Das ist aber nicht das Primärgeschäft. Eigentlich will das Unternehmen eine Kupfermine aufbauen und möchte mit dem Beifang sozusagen, mit den Byproducts, nicht so viel zu tun haben. Und dann kommen die Minenfinanzierer ins Spiel. Die kümmern sich nämlich darum, dieses Silber zu vermarkten und dieses Gold zu vermarkten, zu verkaufen. Damit hat die Mine dann nichts zu tun. Aber die Mine kann diesen Beifang sozusagen im Vorhinein schon mal kapitalisieren und dieses Geld nutzen, um die Mine, die Kupfermine, in Betrieb zu nehmen. Das ist die Idee dahinter. Anderer Grund ist, Minen oder Explorer haben nicht mehr genug Kapital, wollen aber auch kein Fremdkapital aufnehmen, weil es vielleicht keine günstigen Konditionen dafür bei den Banken gibt, weil die das Risiko scheuen. Oder sie wollen keine neuen Aktien ausgeben, um das Aktienkapital nicht zu verwässern. Dann tritt man an die Minenfinanzierer heran, macht einen Stream und tilgt dann sozusagen über das Geld. Das ist das Modell der Minenfinanzierer. Hat sich in den letzten zehn Jahren sehr, sehr gut entwickelt, weil, wie gesagt, immer weniger Banken sich in dieses Risiko trauen. Auch die Experten nicht haben dieses Risiko einschätzen können. Entschuldigung. Die Vorteile für die Minenbetreiber sind ganz klar Vorfinanzierung ohne Bankkredit oder Eigenkapital. Der Verkauf des Beifangs zu sehr guten Konditionen aus Sicht zum Beispiel der Kupfermine wird Silber und Gold verkauft, ohne dass man damit irgendwelche Probleme hat oder noch Aufwand bei der Vermarktung. Man kann sich voll auf Kupfer konzentrieren. Die Vermarktung erfolgt dann durch die Streamer respektive Royalty-Unternehmen. Die Rückzahlung erfolgt nur bei Produktion und entweder in Metall oder bei den Royalty-Kontrakten daneben über eine Partizipation. Das heißt, die Streamer gehen hier auch ein Stück weit mit ins operative Risiko mit rein. Was eine Bank ja nicht macht, die will ihre Tilgung, die will ihren Zins. Und das ist eben hier sozusagen eine Teilung auch des Risikos. Die Royalty-Kontrakte verwässern nicht das Aktienkapital. Das ist ganz wichtig. Weil eben keine neuen Aktien ausgegeben werden müssen. Und die Schuldenquote der Minen steigt nicht an, weil eben kein klassischer Kredit vorliegt. Also eine Art Joint Venture mit Vorfinanzierung. Die Streamer im Ausus-Wikifolio, das sind die größten, die es weltweit gibt. Zum Beispiel Weed & Precious Metals. Die hatten im zweiten Quartal 2019 101.000 Unzen Gold im Stream. Also das ist schon relativ groß. Und haben Cash-Kosten für dieses Gold von 420 Dollar pro Unze. Und das ist genau der große Vorteil. Wenn Sie ein eher konservatives Investment suchen, ein Unternehmen, das auch bei einem Rückschlag des Goldpreises, bei einem signifikanten Rückschlag nicht gleich bankrott geht, weil die Produktionskosten unterboten werden vom Marktpreis, dann ist ein Streamer respektive Royalty-Unternehmen genau das Richtige für Sie. Wir sehen, dass Franco Nevada mit 81.000 Unzen sogar nur 238 Dollar pro Unze aufwendet als Cash-Kosten. Gold 428 Dollar und Sandstorm Gold 301 Dollar. Und genau das ist auch das Thema. Ich hatte Ihnen beim letzten Mal auch das Thema All-In-Sustaining-Kosts erläutert, dass eben zu den Cash-Kosten noch Kosten dazukommen für Exploration, für Renaturierung, für die Erweiterung der Ressourcen, für die Akquisition von neuen Reserven. All das ist hier nicht notwendig. Es fallen wirklich nur die reinen Cash-Kosten an. Denn die Streamer akquirieren nur neue Streams und neue Royalty-Kontrakte, aber sie müssen sich nicht um Reichweiten etc. kümmern. Das ist Sache der Mine. Es gibt dann noch die Metaller Royal & Streaming. Das ist ein neues Unternehmen in dem Markt. Das haben wir jetzt nur drin im Silberminen XXL, die sich vor allem ein bisschen auf Silber auch fokussiert haben. Die Gewichtung ist so verteilt, dass Wheat & Precious Metals als größter Streamer mit 2,8% gewichtet ist. Grün bedeutet immer überdurchschnittlich zur Durchschnittsgewichtung. Die Durchschnittsgewichtung im Ausis liegt im Moment bei 1,2%. Also deutlich überproportional gewichtet Wheat & Precious Metals. Franco Nevada mit 1,6%. Auch Royal Gold überdurchschnittlich. Und Sandstorm Gold im Moment noch untergewichtet. Aber ich werde versuchen hier noch in rückläufige Kurse diese Position überdurchschnittlich, also über den Durchschnitt der Portfoliogewichtung aufzubauen. Die Kursentwicklung sehen Sie mal hier seit 2016, also in den letzten drei Jahren. Und da sehen Sie, dass die Performance hier reicht von Franco Nevada 80%, über Wheat & Precious Metals knapp 100%, dann über 110% bei der Sandstorm. Und den Vogel abgeschossen hat die Royal Gold. Also sehr, sehr gute Performance und die Unternehmen sind auch sehr dividendenfreundlich in ihrer Ausrichtung. Hier sehen Sie mal die Aufteilung der Streams, der drei größten, nämlich Royal Gold, Franco Nevada und Wheat & Precious Metals nach den Rohstoffen. Und da sehen Sie, dass mein Lieblingsstreamer Silver Wheaton deshalb in diese Position gekommen ist, auch im Portfolio mit der Übergewichtung, weil hier wirklich nur Edelmetalle drin sind. Man hat zu 100% Edelmetalle, Gold, Silber und das hier oben ist ein Palladium-Stream. Aber Palladium hat jüngst wieder ein neues Allzeithoch gemacht, also keine schlechte Idee. Die Franco Nevada hat hier ein bisschen Öl und Gas mit drin. Klar, wenn man in Nevada ist, hat man auch mit Freckern zu tun, ganz klar. Und bei Royal Gold sind auch noch andere Metalle mit dabei, zum Beispiel Kupfer. Also das ist hier die Aufteilung und Sie sehen schon, dass die Revenues doch sehr hoch sind. Wheat & Precious Metals hat Revenues im Jahr 2018 gehabt von knapp 800 Millionen Dollar. Also das sind keine Zwerge. Vorteil hier auch, sehr breit gestreut, sehr viele Streams. Sehr viele Royalty-Verträge, sodass sie innerhalb dieser Aktie auch noch eine breite Risikodiversifikation haben, falls eine Mine mal nicht funktioniert oder ein exploriertes Gebiet später in Produktion geht. All das haben sie hier sozusagen wie in so einem kleinen Fonds mit drin und mit sehr, sehr niedrigen Einkaufskursen. Bei Silber ungefähr 5 Dollar die Unze bei Wheat & Precious Metals und der Goldpreis, wie gesagt, so um die 300 bis 400 Dollar bei den Streamern. Das ist sensationell. Die Investment-These. Extrem niedrige Cash-Kosten bei Gold und Silber. Ein Riesenvorteil bietet Ihnen Sicherheitsabstand zum aktuellen Goldpreis, falls es auch nochmal zurückgeht. Diese Unternehmen haben extrem hohe Margen. Kontinuierliches Wachstum in den letzten 10 Jahren. Sie haben die Kursentwicklung der letzten 3 Jahre gesehen. Sie können das noch weiter zurücknehmen, aber auch das Geschäft wächst. Man hat sich in der Branche einen Namen gemacht, einen Ruf erworben. Es ist so, dass heute kaum noch Minen an Investmentbanken herantreten, wie es früher war, um sich Geld zu leihen, um dann festzustellen, das war eigentlich nur ein Kredit Lending to Own. Also man hat bewusst von Seiten der Investmentbanken den Kredit schon so aufgelegt, dass man am Ende das Asset hatte und die Mine das nicht bezahlen konnte. Das ist eine sehr elegante Lösung für die Minen, um weder Schuldenquote zu erhöhen, noch das Einkapital zu verwässern, das Aktienkapital. Und alle haben was davon und die Streamer bringen eben auch Know-how und Manpower mit ein. Ganz wichtig. Sie haben ein breit diversifiziertes Portfolio in einer Aktie, viele Streams, verschiedene Metalle und eine sehr investorenfreundliche Dividendenpolitik. Das können sich diese Unternehmen auch leisten. Bei diesen Margen ist man eben auch geneigt, eher Dividenden auszuschütten. Und bei Wheaton Precious Metals ist es so, dass man ganz klar sagt, man hat direkt den Unternehmenserfolg an die Höhe der Dividenden gebunden. Das heißt, wenn die Erträge steigen, werden automatisch, automatisch, das ist daran gekoppelt, auch die Dividenden steigen. Deshalb mein persönlicher Liebling. Wheaton Precious Metals werde ich auch in einem der nächsten Videos ein Minenporträt dazu machen. Ich wollte Ihnen aber vorher schon mal ganz kurz das Geschäft der Streamer und der Royalty-Unternehmen erläutern. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie gerne hier unter dem Video noch Fragen und auch gerne Kommentare reinstellen. Wir würden uns auch sehr über ein Abonnement Ihrerseits freuen oder über ein Däumchen nach oben. Sie können mich gerne über Xing kontaktieren oder über Hannes.zipfel.icloud.com. Ich zeige Ihnen noch den obligatorischen Disclaimer und dann entlasse ich Sie ins Wochenende und möchte Ihnen zum Abschied noch sagen, dass ich persönlich aus tiefster Überzeugung, auch mit eigenem Kapital, auch dem Kapital der Familie, keine Zweifel daran habe, dass physische Edelmetalle und die Produzenten, nebst Minenfinanzierer, das beste Investment der nächsten fünf bis zehn Jahre sind. Ich würde sogar so weit zu gehen, zu sagen, das wird ein Megatrend. Können Sie gerne in Ruhe darüber nachdenken, auch gern kritisch hinterfragen, mir auch gern sehr kritische Fragen dazu stellen. Ich werde bemüht sein, die zu beantworten, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten zum Minenbriefing am nächsten Freitag. Bis dahin, Ihr Hannes Zipfel. Und dann, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Was ist das lange nicht sicher?